Eidel Meldung Soeben erreicht die Geek Talk Daily News Redaktion am Samstag, dem 17. Dezember, mitten in der Nacht die Information über ein bevorstehendes Geocaching Event. Über 400 Geocacher wollen bereits zum vierten Mal den 1141 Meter hohen Brocken im Harz besteigen, um um 8.21 Uhr dort bereits auf dem Gipfel zu sein und ein Geocaching Event abzuhalten. Im Zuge dieses Frühstücks werden eben über 400 Geocacher erwartet, aber auch seltenere Lebensformen wie Podcaster. Aus informierten Insider-Kreisen haben uns die Nachrichten erhalten, dass sowohl die Cash-Frequenz, die schweigende Mehrheit, der Bobs & Pod Podcast und der Entzügeer-Podcast erwartet werden. Und noch viele weitere. Ob dies Teil einer größer angelegten Aktion, dem sogenannten Rigide EC oder nur eine Einzeltat bleibt, ist bisher noch unbekannt. Trotz allem wünschen wir allen Teilnehmern jede Menge Spaß.